Du wirst gleich so geflasht sein. Schon Hütchen überfahren, Wahnsinn. Jetzt können wir schon mehr so geflasht sein. Vielen Dank. Das fahren wir mit dem Fahrrad. Ja. Hier ist jetzt eigentlich der Beginn von der Nordschleife. Verrückt, oder? Ja. Alles ok? Ja. Gut passiert nichts, alles gut. Wir hindern sich auch keine. Ist das so? Ja. Jetzt kommen gleich welche, aber Abstand. Wir machen das ganz smooth. Es ist alle vorbei, keiner. Alles ganz entspannt. Sind wir hier mit dir so deinen Leuten, ey? Und das sind keine Regenfahrungen, oder? Alles so, wir tun nicht. Ich kann gar gern die geben nachweist. Ja, alles muss dann entspannen. Alter, und die fahren hier mit wie vielen entlang. Ernsthaft? Ja, immer voll drauf. Ich finde es sich wundert, es ist schon zu schnell. Also wir fahren jetzt 120, und das schnelle Auto hat hier locker 220 schon drauf. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Wir sind absolut im Rahmen, ne? Aha. Wir sind die und ich bitte schön. Achte schön. Einmal hier. Ich bitte schön. Ja, ich bitte. Und hier war es hier eine Unsere sehr. Jetzt ist der Motorradfahrer, der will gar nicht mehr holen, ne? Schon bei 200 drückt es sicher so in der Sitz, ne? Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 So läuft es nochmal, ganz easy, smooth alles, keine Hackerei, nichts. Dann fährt man von hier so an, dann schön rein, zack. Wieder raus. Überall schön Ding vorbei, dass es sich rauskommt. Alles ganz gut. Gut, ob das Menschen das können, das können es nicht. Ich finde Bundan schon hier echt schnell. Ich finde Bundan schon hier echt schnell. Ich finde es nicht so schön, das kann ich mal. Jetzt hier, das nennt man Steilstrecke. Jetzt auch nochmal schöne Strecke. Ganz gut drauf. Okay. Dank Gott Karussell. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal. Mann, Tasche. Dann guck mal. Ich guck mal. Mann, das ist die nächste Seite. Du willst dich schon trinken? Ja, übrigens. Das ist die nächste Phase. Du musst dich schon trinken. Schön wie ein Gehen. Nichts Kilometer, die 22. Wir sind schon bei 15. Ja, wir sind bald durch, soweit ist es immer. So, es ist auch mal ein Trick von Feiern hier. Nicht ganz, siehst du? Das ist das, was halt die Leute... Du hast halt hier blind corners, ne? Du weißt gar nicht, wo es lang geht. Dann lenken die Leute zu früh ein. Dann wird halt die Kurve hinten raus eng, ne? Ja. Oh, da sind die Fellen. Genau. Falsig groß. Zumindest wir haben die Lienkugger für die Leute. Das ist die Regel. Wer durchlässt, tut sie rechts quasi. Genau. Der zeigt an, ich hab dich gesehen. Das ist halt die sichere Nummer, ne? Ja. So wie wir es ja auch machen. Ich guck nach hinten, ich seh einen, ich blink rechts. Der kann sich sicher sein, ich mach keinen Blödsinn, ne? Ich weiß, dass er da ist. So, jetzt kommt wieder ein Klauscher vorbei. Siehst du das schöne Ideal? Das schöne Ideal liegt mir frei. Wir fliegen nicht, keine Sorgen. Ja, ich seh schon. So, ich seh jetzt hier die ganze Strecke ab, ne? Ja. So. 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 Ey, das ist gut, man. Ich bin ja schon einig. Dies. Ne. Wie schaffen die das? Mein Magen ist für sowas halt auch nicht ausgelegt. Ja, und nicht das andere, wenn du selber fährst. Ich weiß, ich kenn die Kurve, ne? Das ist gut, man. Tja, wenn dich jetzt... Das ist die Klufe, oder? Was? Das war's schon krass. Was habe ich gesagt? 15 Minuten. Was? Das war eine Viertelstunde? Ja. Das kam jetzt von mir eine Minute. Komm, wie ist das so?